Herzlich Willkommen zum italienischen Supercup Juventus Turin, der italienische Meister gegen den italienischen Pokalsieger SSC Neapel. Neapel. Der Meister gegen den Pokalsieger, das Spiel gab es dann logischerweise schon. Wer von den Speckselt-Lavecci, oder? Nein, das gab es nicht logischerweise, das gab es schon im Pokalfinale. Weggegangen ist, Lavecci, aber ich denke, den musst du nicht unbedingt weg tun, würde ich sagen. Doch, den packst du weg. Wenn bei mir weggegangen ist, vielleicht kommt Robin van Persie, ist anscheinend schon offiziell, aber irgendwie dann doch nicht offiziell. Man liest immer wieder was anderes. Ich bin mal gespannt, ob Robin van Persie kommt, wer dann innerhalb von kürzester Zeit der beste Spieler der Serie A. Das kann man so sagen, nach dem Weckern von Ibrahimovic und Thiago Silva. Ja. Jo, also für van Persie war es natürlich schon ein Gewinn und vor allem hat er italienischen Berater, Spielerberater. Und deshalb denke ich, die Chancen sind schon nicht schlecht, vor allem er ist ja ein Arsenal-Fan, was er vorher immer gesagt hat. Er will unbedingt bei Arsenal spielen, bla bla bla. Und ich denke, wenn er wirklich ein Arsenal-Fan ist, glaube ich kaum, dass er für eine andere Mannschaft in England spielt, die nicht außen ist. Und lassen wir dir hin, am Anfang kommt die Hymne von Juventus Torino. Ich will schnell noch daran erinnern, weil ich hier ist eine Nullklatsche. Ah ja, das letzte Spiel, Juventus Torino gegen SSC Neapel, das Pokalfinale, wo man da eilt, Peter, hat er viel zu hoch verloren. Und jetzt genießt man die Augenblicke hier im ausgekaufenden Römer-Olympiastadion, während die Juventus-Hymne kommt, was eigentlich nicht so ganz unparteiisch ist, aber das kann man in FIFA nicht verhindern, dass das hier ein Heimtipp-Hymne in den Autos ist. Ja. Also genießen wir die Momente, während das Mikroquiet. Wir schauen und dann wieder ein. Also die Aufstellung von Juventus Torino vor. Schaut euch an und genießt die Hymne. Das ist übrigens die offizielle Hymne, gell? Nicht, dass ihr mich jetzt hier irgendwie in den Kommentaren beleidigt, dass es falsch ist. Was sollt ihr? Auch GEMA gesperrt. Ich hoffe mal nicht. Nee, ich glaube, so kostet auch schon nicht. Nee, ich glaube, das ist auch... Hallo? Also er muss eigentlich ein YouTuber wie Kronka, dass er bei seiner Playlist keine GEMA-Hits hat. Also das letzte Spiel, Juventus Torino gegen Napel, die hat Benni 4 zu 0 verloren. Mit Napel, die damals gegen mich als Juventus Torino... Okay, damals war ich auch noch viel schlechter auf FIFA-Spiel. Deshalb probiert es sich jetzt ein kleines bisschen zu rächen für die Schmach damals hier im Supercapo. Ja, ich würde sagen, zwei der drei besten italienischen Mannschaften treffen hier aufeinander. Jetzt fehlt noch Milan, die zurzeitige Top 3 aus Italien. Kommt darauf an, wie das Inter sich jetzt verstärkt, wie das Inter die Saison einsteigt. Aber aktuell würde ich sagen, ist Inter doch deutlich hinter der Konkurrenz. Warum die haben damals diesen komischen italienischen Cup da gewonnen? Gegen Juve und gegen Milan. Wow, das war ein Vorbereitungskup und vor allem hat Inter Nationalspieler, die in Europa aktiv sind. Aus? Aus Italien kein einziger. Und als Juve 7 und die AC auch ein paar. Ich würde sagen, der Supercup hat das Vorbereitungsturnier, das eine, wo es da war, wo AC gegen Juve gespielt hat. Oh, faul! Also immer eine halbe Halbzeit gegen jedes Team. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie als Maßstab sehen können. Aber Inter kann das sein. Weil daran, dass als Inter keinerlei Nationalspieler hat, die bei der EM dabei waren. Da spielt er auf der falschen, Jungs! Außer Waiselisten, ja. Ja, die Niederländer sind da weg. Granauke wurde aus dem italienischen Vorläufigen Kader rausgeschmissen. Also, oh, ist die Chance für Juventus zu verlieren hier. Das ist übrigens nicht das richtige Römerstadion. Haben wir jetzt etwas verteilt beim Stadionausrund, aber ich denke, das dürfte euch egal sein. Klaus, wie es uns selbst egal ist. Also bislang Nachholi fängt gut an, zumindest bei besser als im letzten Spiel. Und ich habe es gewusst, aber ich konnte es nicht verhindern. Oh, am Sieg! Ego-mäßig, ego-mäßig. Da hat letztes Spiel gefehlt. Der hat auf jeden Fall passen können auf Edison-Carver. Ich muss alles besser wissen, Mama! Ist doch so. Ihr könnt es ruhig über die Kommentare schreiben, wenn ich recht habe. Der muss auf Cavani passen, damit er komplett frei steht. Bevorhin, safety, safety, nicht so wie vorgemehr an Oliver Baumann. Obwohl er natürlich dann Elfmeter-King wurde. Kann man ja mal so erwähnen. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt nicht gespoilert habe. Ich rede wie immer in der Vergangenheit. Damit 7-7-2 Big Daddy sich drüber wundern kann, dass das komisch ist. Matrioooo! Knapp, knapp, knapp. Falls dann Percy kommt, würde er wahrscheinlich zu Milan wechseln. Matri. Matri ist bei Milan hoch im Kurs, weil, ich weiß nicht, Zeco soll anscheinend nicht kommen oder es ist zu teuer und man braucht halt einen. Es ist aber so ein Reservespieler für Pato und Robinho. Vor allem für Pato natürlich, der oft verletzt ist. So als, ja, als Tribünenspieler hinter Robinho, Casano und Pato. Wer Matri zurzeit der Favorit, was man so aus den Medien jetzt hört. Das sind natürlich die deutschen Medien, das heißt, sie sind lange nicht so gut wie die italienischen, das heißt, muss ich unbedingt alles stimmen. Oh, ey! Erzähl, es gibt's nicht! Wow! Kamani! Ja, für rechts, ich! 1-0 für SSC Neapel, die hat die Tourmette gehört. Ich hab mir mal die Mühe gemacht, dass sie tatsächlich bei jedem Team eingefügt. Also bei Jube, bei Jube müsste jetzt eigentlich auf eine Hymne kommen. Die aber nie kommen wird. Boah. Also falls ich treffe, sollte, müsste bei Jube auch eine Hymne kommen. Falls ich nicht treffe, würde keine Hymne kommen. Ach, wahr. Nee, Benni macht das gerade richtig gut, kann man so sagen. Oh, nix da, nix da. Da kommt er noch runter, Jube. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei jedem Spiel mache, ich glaube nicht. Ich meine, ich bin AC-Fan, deshalb dürfte es euch wahrscheinlich aufgefallen sein. AC, Juve, Inter. Also die Topmannschaft aus Italien, mit denen ich in der Liga gespielt habe, beim Menschenbus, die haben alle Sounds, weil ich das einfach cooler fand. Ansonsten, International-Top-Mannschaften, Barca-Real haben noch und Liverpool, Juve, Never Walk Alone. Und ansonsten, ist nicht ganz so hier, sind nicht ganz so alle tief mit Ton ausgestattet. Weil es ja auch immer mühsam ist, hier in YouTube das Ganze aussuchen. Die Recherche und so. Ja, halt gucken, was passt. Dann, wenn es nicht von der Länge her nicht passt, dann doch zu rechts schneiden. Das ist, weil das YouTube runterladen ist klar, auf Länge schneiden. Dann, ähm, Musikdatei lauter machen. Dann natürlich eine Videokabeliste im Wunderslife Mimimaker, äh, äh, im Player erstellen. Aua, quichst du denn zu sch***en? Aua, Mikro. Aua, ich hoffe, ihr hört das nicht. Alter, what the f***. Also, es ist schon ein bisschen aufwendig hier von ein paar Musikdateien, vor allem, weil da extra eine Wiedergabeliste erstellen muss. Bis zumal, weil irgendwas die Queens United sowas bekommt. Da muss man halt noch Dings hier irgendwas wieder umstellen. Geh mal in Google, Queens United-Hymne, meinen Sie, Scheiße kommt dann wahrscheinlich. Ne, ähm, da muss ich halt dann hier wieder Kommentator leiser stellen. Einzulferde Apple zu halbieren. Damit man die Hymne überhaupt hört. Und, ja, ist ein kleines bisschen umständlich. Einzulferde Apple zu halbieren, absolut verdient. Hoffentlich mehr Schweden dabei ist jetzt. Juwe hat ja noch nicht so f***. Aua, scheiß doch, die Fresse scheiße Mikro. Ich weiß, was ich glaub, ich glaub, das Mikro sagt immer, wenn du lügst, dann kriegst du. Ey, komm jetzt, wo war noch ein Foul von Vital? Ach, ja, übrigens, da gibt's so, wie wir grad hier Serie A-Match haben. Juventus, äh, Inter Milan, also Juventus Turin hat ja vor, dass es so eine neue, richtig geile Arena bekommt. Hat ja sicher schon ein oder andere... Ey, Pekon hat es gesehen, ach f*** dich doch! Eigentlich, weil es gut, wenn es Pekon immer f***, wenn eine Lugia erzählt wird. Juwe ist besser! F*** dich! Juwe ist besser! Juvwe hat eine neue Arena-Bot. Ne, Juwe hat echt eine neue Arena-Bot. Ich werd, ja, ach was, ich werd da jeder Mannschaft hinzufügen. Sieht auch richtig geil aus. Und Inter Milan hat doch mal die Fresse. Und Inter Milan hat jetzt einen neuen Trikotsponsor bekommen. Einen aus China, irgendwie, chinesische Straßenbahngesellschaft, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Kohle und bis 2017 wird dieser neue Sponsor, der mittlerweile 20% vom FC Internationale Milano gehört, wird tatsächlich 2017, also die Fresse-Mikro, wird bis 2017 ein Stadion planen und bauen in Mailand. Ich glaub, das ist eine Lüge, Frau. Und das heißt, ab da an wird AC und Inter getrennte Stadion haben. Das ist zum ersten Mal in der Club-Geschichte. Und ich freu mich auf die Turbys. Also im neuen Stadion von Inter wird auf jeden Fall witzig werden. Matri, laufst du nicht weg, du AC! NOS! Gibt's nicht! DEEE! Das läuft ja weg und dann macht er die Pille danach komplett. Was eben? Loll! Ah, ja! Also aufzuquietschen, du Mikro! Wie soll man sich da konzentrieren? Campagnaro ist verletzt, das heißt, im Wechsel... Gehirnerschütterung! Oh, der fuck, der kann trotzdem noch aufstehen! Ja, Gehirnerschütterung ist man ja nicht, jetzt nicht wirklich hier komplette Gehirn. Am Arsch, sagt man so, ist halt nur ein bisschen durchgeshakt, glaube ich. Ja, okay, ich bin kein Professor hier, also. Okay, glaubt man einfach nicht. Glaubt ihm nicht, glaubt mir. Und jetzt darf ich ja noch Fairplay spielen. Oder du? Ich? Ja, ich krieg auch noch den Ball. Für was denn? Das ist doch falsch. Der geht rein, der geht rein, oh Mann! Das ist fach. Au, du quietschst, du hässliches Assi-Mikro! Also, eindeutig, das war gerade schon wieder von dir eine Lüge. Das ist Mikroassiisch. Ja, du kannst das Mikro doch nicht so innerlich verletzen. Oh mein Gott. Oh, was für ein Schuss! Nein, es hat nicht gequietscht. Es hat nicht gequietscht, es hat nicht gequietscht. Ja, okay, es sieht nicht gut aus für Jugo, aber ich würde sagen, mit dem Pokalfinale, wo ich 4-0 gewonnen habe, und Benni hat mich noch nicht ganz so hoch hier. Also bin ich immer noch hier im positiven Sinne. Besser als er. Oh, f*** dich! Nein, nein, ich komme! Ah, Eiser! Gibt's nicht. Gibt's nicht. Das ist unglaublich. Ich würde sagen, der hat heimlich geübt. Wieder habe ich in den letzten paar Spielen, auch offline, also ohne Kamera absehlt. Das ist unglaublich so. Ohne Kamera! So eine kleine Drecksratte. Das ist echt unglaublich. So ganz gechillt, ganz safety, sockt er mich hier absehlen. Ah, sieh! Ja, scheiß Fall. Ja, ganz gleich ein bisschen scheiße war dabei. Ey, Mann, das ist doch scheiße. Natürlich habe ich FIFA... Okay, danach werden wir die Aufnahmen kaputt mehr. Ja, ich skipp's nicht. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Ey, überhau, du Mikro! Guck, dass es eine Lüge geht, ne? Zwei Spiele! Das Mikro kassiert nach dem Spiel, kriegt das Mikro so aufs Maul, ich schwör. Also, ich schwör, ich verschläge das Mikro jetzt gleich. Also, vor allem, wieso kann es nicht normal quietschen in Tönen, wo so ein menschliches Ohr schön ist angenehmisch, ja? Warum kannst du... Vielleicht so irgendeine schöne Melodie, so... Was machst du denn? So, dass es am halben Trommelfeldplatz ist, unglaublich. Okay, Juventus schlecht, ich bin schlecht drauf hier, gerade auch in der Aufnahme. Ähm, ja, ich würde sagen. Verdient der Führung, verdient der Sieg für Napoli. Ich denke, der wird sich jetzt auch nicht mehr viel tun. Tut mir leid, ihr die alte Dame-Fans. Amal gebe ich viel Verspiel nie auf, aber... Ne, ich glaube, das wird halt nichts mehr. Ich glaube, ich werde nicht mehr mehr ein Tor schießen, ich bin da irgendwie so am Luben. Danach beenden wir die Aufnahmen hier, das geht gar nicht mehr. Ich mache leider noch Hardy von Pizemeiter, ich bin Sauer und ich gebe die Challenge auf. Na, da schiebt ihr das Falsche. Ah, oh nicht. Ja, das ist wichtig. Assi. Landstwende, dann bitte. Das ist schon gegen Assi Land. Habe ich dir nichts gesagt. Ey, was ist das, meine Rotzier? Alter, forschen kann ich mich selber. Ja, ich kann mich auch selber forschen, der hat mich bei mir das Gesicht ein. Ja, jetzt kommen wir noch ein Tor. Forza, oh man. Forza hat die Automagie, falls schon vorwärts. Ach, da steht halt immer. Mann, der nicht nochmal spielen müssen. Fuck. Der nicht nochmal abspielen müssen. Scheiße, das macht der eine Verteidiger von Apel, das Abseits als Dota. Da, der mal hinten liegt. Hier, da, jetzt hätte ich passen müssen. Jetzt nochmal zurück. Oh man. Da habe ich das Städte gekriegt, geht jetzt Pirlo, Traum, Ecke hier direkt auf Passau. Oh, da war ich nicht schlecht, denkmal. Es gibt's nicht, leg mich hier echt, ich... Das Spiel ist immer viel toll. Das passt so zu dem, als ich davon. Nee, nee, haben sie gewusst, ich kein Tor schießen. Nein! Die Siegerhöhung ist also, Napoli bekommt den Cup, den Super Cup, der Italia, ich glaube, so wie das heißt. Jetzt, da ist ein Begalo auf dem Feld hinten. Das habe ich gerade gesehen. Okay, in der Aufnahme müssen wir das später nochmal angucken. Da hat ein Feuerwehrkrach auf dem Feld, das ist da explodiert. Jetzt läuft die Hymne von Juventus Turin, auch bei einer Niederlage. Etwas merkwürdig, aber habe ich wohl so eingestellt. Wir denken jetzt einfach, dass es die Hymne von Napoli, okay? Wir haben das gleich hier. Super Cup Games, man, ja. Hier ist eine schicke Arena, so eine typische Arena für Spanien, muss man sagen. Napoli. Okay, wir singen jetzt die Hymne, wir bedichten für euch die Hymne, um dass es passt. Flo ist inkompetent. Oh, halt die Fresse. Okay, sing weiter. Ja, natürlich für dich. Juventus Turin. Das Mikovic immer mit nur einer Lüge erzähl. Kaffeeitsch! Er ist scheiße und hat 3 zu verloren. Und jetzt feiern wir uns. Super Cup Sieger Napoli! Juhu! Ich muss nur sagen, Napoli ist mir echt auch ein bisschen lieber als Turin. Ja, Juventus. Ach, scheiße. Ich fange schon an mit dem Verschlagen des Mikros. Verdienter Sieg. Ähm, spielst du, spielst du, spielst du, spielst du. Ähm, Hamšik. Okay, Hamšik spielst du, spielst du, 50-50 Ball bis jetzt. Schüsse aufs Turin, doch ganz knapp 6 zu 4. Ähm, bis zum nächsten Spiel. Auf jeden Fall nicht mehr diese Aufnahme. Ich muss heimlich trainieren hier. Da muss ich passen! Mann! Ciao, Leute. Ciao.